Im letzten Video haben wir WMS-Dienste eingebunden, Flurstücke und Flurstücksnummern. Die nehmen wir jetzt mal wieder heraus und jetzt beschäftigen wir uns mal mit WFS. Gegenüber WMS sind es Rasterdaten, die übermittelt werden und bei WFS sieht man auch anhand dieses Symboles hier, das sind Vektordaten. Wir suchen einfach Datendienste, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ich habe das bereits mal hier getan, es ist Natura 2000, scrollen wir mal runter, wo WFS kommt. Hier sind Metadaten, die sind vielleicht uns jetzt nicht so interessant und nehmen einfach mal die Daten. Und wir suchen uns einfach den Link, der für uns entscheidend ist und immer bloß bis zum Fragezeichen. Kopieren wir die Zwischenablage, tun eine neue Verbindung, nennen wir einfach mal Natura, tun die URL ein, reinkopieren und sagen, Okay, hat bereits verbunden und hier sieht man es bereits, dass wir eine ordentliche Verbindung haben. Hier gibt es drei verschiedene, einmal die FFH-Gebiete, Fledermausquartiere und Vogelschutzgebiete. Dadurch, dass das jetzt Vektordaten sind, müssen wir ein bisschen anders vorgehen und müssen aber dennoch hier erstmal rechte Maustaste auf einen Layer, den wir benötigen, in die Lehreigenschaften gehen und die Quelle uns kopieren. Wir kopieren die URL mit allen Werten in eine Variable und vergeben die aber mit richtigen Anführungen. Anschließend eine neue Variable, nennen wir sie tempVFS und dann verwenden wir die Klasse QGS VektorLayer. Wie ich vorhin schon sagte, sind das ja keine Raster mehr, sondern Vektordaten. Wir verwenden hierfür die Variable, wo die URL drin steht, anschließend den Namen, wie er im Leerbaum, was auf der linken Seite stehen soll, nennen wir FFH-Gebiete und zum Schluss den Provider. Hier haben wir ein WFS. Wir schließen das. Wir können hier nochmal eine Abfrage gestalten, wie ich es beim WMS Einlesen gezeigt habe. Aber wir tun gleich in die aktuelle Instanz des Projektes mit der Funktion AddMapLayer und dem in der Variable eingefügten WFS, tun wir gleich die Verbindung zu dem WFS-Dienst herstellen. Wir probieren, ob es klappt und die FFH-Gebiete sind eingelesen. Schauen wir mal, ob wir welche sehen. Also in dem Fall sehe ich gerade, sind wir irgendwo, haben wir Probleme mit dem Koordinatenreferenzsystem. Es ist eigentlich das Richtige angegeben, das Aktuelle, aber die Koordinaten passen nicht so richtig überein. Wenn wir jetzt zu den Einlageflurstücken gehen, sehen wir ja hier, da ist irgendwie vertauscht worden die X- und Y-Koordinaten. Aber das ist erstmal für das Video uninteressant. Man sieht es, wie wir WFS-Daten einlesen können. Ich habe das Einlesen jetzt nochmal von einem anderen Dienst probiert. In dem Fall auch ein Dienst über irgendwelche Naturschutzdaten, hier Hochwasserschutzdaten. Ich habe den Link wieder eingefügt, ganz normal, wie ich es vorhin gezeigt habe und drücke auf Ausführen und dann klappt das. Da passen auch die Koordinaten an. Wir befinden uns wahrscheinlich hier in der Planungsregion Vogtland-Erzgebirge. Wenn wir oben Streetmap nochmal drunter legen, sehen wir das auch, dass die Koordinaten auch passen. Nächstes Video in drei Tagen, 15 Uhr.